François Rabat ist ein französischer Komponist und Kontrabassist syrischer Herkunft. Leben und Wirken Rabat wurde in eine musikalische Familie hineingeboren. Er hatte sechs Brüder und drei Schwestern, mit 13 Jahren entdeckte er den Kontrabass. Als einer seiner Brüder ein Instrument nach Hause brachte und ihm erlaubte, damit zu experimentieren. Als die Familie nach Beirut im Libanon zog, fand er eine alte Ausgabe von Edouard Nenys Kontrabasschule in einer Schneiderei und begann, sich auf der Grundlage des Buches das Spielen selbst beizubringen. Nach sechs Jahren in Beirut hatte er genügend Geld gespart, um nach Paris aufzubrechen, wo er am Pariser Konservatorium studieren wollte. Trotz sehr kurzer Vorbereitungszeit bestand er das Probevorspiel von allen Teilnehmern als bester. Sein Aufenthalt am Konservatorium war jedoch nur von kurzer Dauer, da er schnell merkte, dass er nicht nur den anderen Studenten, sondern auch den Dozenten technisch voraus war. In Paris begann er, seinen Lebensunterhalt als Begleiter für Musiker wie Jacques Brel, Charles Aschnavour, Gilbert Bicot, Michel Leckrent und einige weitere zu verdienen. 1963 nahm er sein erstes Soloalbum auf Basbal. Von 1964 an begann er, Musik für Film und Theater zu komponieren. Gleichzeitig begann er, zuerst in Frankreich, dann in ganz Europa, Solo-Konzerte zu spielen. Sein Amerika-Debüt gab er 1975 in der Carnegie Hall. 1978 traf Rabat den amerikanischen Komponisten und Kontrabassisten Frank Brutto, mit dem er auch das Album Four Scenes of the Picasso aufgenommen hat. 1980 bat das Cincinnati Symphony Orchestra Brutto, für Rabat ein Solo-Konzert zu schreiben, das Concerto No. Zwei für Kontrabass und Orchester, das 1981 in Cincinnati Uhr aufgeführt wurde. Zwei Jahre später bat Houston Symphony Brutto, ein weiteres Werk für Rabat zu schreiben, The Fantasy for Double Bass and Orchestra feierte 1983 in Houston Premiere. Rabat führte das Werk seitdem rund um den Globus auf. Ihre dritte Zusammenarbeit kam in Fantasy. War als Werk für Kontrabass und Klavier konzipiert, Rabat trug es erneut zuerst in Cincinnati im Juli 1991 mit Brutto als Begleiter am Klavier vor. Rabat wird als einer der großen Virtuosen auf dem Kontrabass angesehen. Er hat eine vierbändige Novelletechnik de la Contrabasse verfasst, die sich von der Schule von Franz Siemandel nicht nur im Gebrauch der Greifhand, sondern auch in der besonderen Aufmerksamkeit auf die Bogenführung unterscheidet. Werke, Schriften und Notenveröffentlichungen Novelletechnik de la Contrabasse Paris Alphonse Leduc 1977-1984 Solos for the Double Bassist, Cincinnati, Lieben Music Publishers 1979-1995 Concerto No, 3, Cincinnati, Lieben Music Publishers 1987 Prades, Dance, A Family Album, Cincinnati, Lieben Music Publishers 1990 Two Miniatures Cincinnati, Lieben Music Publishers 1992 Kompositionen für den Film Vera Ballade für einen Hund La Cage de Pierre Tenebris Le Bato S.U.R. Lerbe Oma Pasha Wow Du UNE Saison Danse La Fie d'Emmanuel Vincent Mitlane Danse Unpre Blackout Pour UNE Poigny des Cacahütes Der Goldtropfen Zaman, Der weite Weg nach Bagdad DVD Card Blasher à François Rabat Art of the Bow Bach à la Quarte Art of the Left Hand Diskographische Hinweise The Sound of a Bass Bassball François Rabat in Grad 2 Multibasse Sesmophosis Live in Paris Rabat Plays Bach Rabat Plays Porto 70 Dialogues and Meditations Live Around the World Bach, Vivaldi, Beats it, Rabat François Rabat on Concert Contrabasse und Orchestre In a sentimental mood Kamm Bach Suitspur Violoncelles Säule à la Contrabasse Oiti A Jyni A Säule~~~~ Vielen Dank.